Gibt's ein Problem? Ja, und zwar, es wurde uns das Mäh weggewischt! Hey, das hier ist ein extra Vlog mit Szenen, die es nicht in der normalen Vlog geschafft haben. Die ich aber viel zu lustig finde, um sie einfach wegzuwerfen. Viel Spaß! Was machst du? Das war jetzt super. Leon will ein Dreier, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Du hast dich gerade an beide dran gekettet. Ihr habt angefangen, mich zu fesseln. Ja! Ich hab's ja gemäß Knellet. Ich hab's ja gemäß Knellet. Ja, das bist du in Person. Ja, merkst du selber, ne? Mhm, merkst du selber. Hey, cool! Nein, Leon, mein Albtraum ist ein Albtraum! Dein Albtraum? Ich mein, es ist okay. Merkst du selber, ne? Merkst du selber, Knellet. Du bist eine Disco-Kugel. Stell dir vor, Hanna ist die Disco-Kugel in einem Club und redet mit dir zu... Hello, everybody! Zeit, die schon alle besoffen? Adi? Mit dem tanzt du da? Adi und Maike, sind wir gerade ein bisschen zu nah? Warum ich? Ja, keine Ahnung, ich schaute ihn in letzter Zeit so an. Was? Ja! Ich war nur joggen und dann waren meine Stirnfranzen kaputt. Weißt du das eigentlich? Was? Du warst joggen und dann waren deine Stirnfranzen kaputt? Ich war joggen und dann waren deine Stirnfranzen kaputt. Ja, dann ist so eine Schere vom Himmel geflogen, die hat einmal... Meine sind auch ganz fertig heute. Ich habe ein bisschen mit Trockenshampoo und Mehl gearbeitet. Mit Mehl? Ja, Mehl, Lifehack. Was das auch Lifehack ist? Babypuder. Weißt du, was auch der Lifehack ist? Haare waschen. Wieso hast du hier zu viele Bälle? Parade geschenkt. Hat Adi dazu gesagt, ich will, dass du mit Balls umgehen kannst. Zeig mir mal, wie du mit Balls umgehst. Kannst du mir nur angeben? WTF? Bei euch im Bett geht es anscheinend sehr rund. In Kieferschmerzen. Malenchi kann keine Uhren lesen. Kennst du das, wenn ihr früher eine Woche nicht in der Volksschule wart, ein Thema voll verpasst habt? Bei mir war es die Uhr. Und Mathe und Englisch. Und immer wenn das Thema wieder aufkam in der Klasse, bin ich aufs Go gegangen. Kennst du das? Früher auch schon. Warum liege ich am Kloboden? Fliegst du eigentlich privat? Fliegen. Ja. Du bist ja Manager. Du bist bestimmt reich. Ich bin selber in meinem Leben geflogen. Auf die Fresse. Wieso gehst du nicht mit Malenchi auf ein Date? Stimmt, Leon. Und du hast mich nie auf ein Date ein. Weil ich dich nicht daten möchte? Was fällt ihm ein? WTF? Das ist so toxic masculinity. Das ist so toxic masculinity. Kennst du nicht, dass Malenchi eine aufreizende Frau ist? Eine aufreizende Frau? Eine reizende Frau habe ich doch gesagt. Das aufreizende Frau gesagt. Du hast eine aufreizende Frau gesagt. Wenn es so ist, dass ich eine reizende Frau bin. Aufreizen hat er gesagt. Reizen habe ich gesagt. Ja. Habe ich reizen oder aufreizen? Reizen habe ich gesagt. Ja wahrscheinlich. Du weißt genau, dass du es gesagt hast. Anna fragt den Klon, ob sie mit ihm ein Video dreht. Prinzessin, Prinzessin. Flirtet er sich an. Ich glaube, er versteht nicht, was sie mit ihm machen. Ich glaube, er versteht genau, was du mit ihm machst. Nein. Hast du ihm 10 Euro gegeben? Ja. Das war immer eine gute Investition. So lange gegen diese scheiß Beziehung und du sagst jetzt, irgendwie bin ich gar nicht so aufreizend. Geht es eigentlich noch? Bist du traurig, dass die Beziehung jetzt zu Ende ist? Nein, weil es nie eine Beziehung gegeben hat. Entschuldigung. Hört ihr mal auf, wenn ihr auf den Sack zu gehen? Weißt du was, Leon? Ich lebe dir noch eine Chance. Nein. Und wie gesagt, Bailies hilft auf jeden Fall. Das gibt es auch in vegan. Ja, urgute veganen Sachen. So, besser sein als der normale. Das Segment, wo er gesponsert von Bailies Video. Arnold Schwarzenegger drauf, Falko ist drauf. Wo ist der Mensch auch drauf? Stimmt. Du hängst so ein kleines Bild daneben von dir. Wie kann es sein, dass sich Bibi und Julian getrennt haben? Das kann nicht sein. Ich kann nie wieder jemanden kennenlernen und denken, das hält für immer. Es wird nicht heilig. Sind deine Eltern nicht geschieden? Ja. Aber Bibi und Julian, da sehe ich, dass Liebe keinen Sinn hat. Sie spielen die Try Not To Love Challenge. Du bist in der Mitte und wenn sie lachen, spucken sie dich an. Sie trinkt, auf einmal ist es wirklich Wodka. Hättest du dir heute früh gedacht, dass du heute noch Anna Striegel in die Fresse spuckst? Nein. Alles ist möglich. Du hast sie angespuckt. Wir sind hier bei einer Mountainbike-Strecke, wo Marvin mitfahren muss, weil ihn sein Manager Nick Litscher angemeldet hat. Aber bis jetzt sieht man gar nichts. Du hast mir Action versprochen. Schau mal an die Augen. Es ist so spannend. Ich kann nicht mehr. Es macht keinen Spaß. Wieso? Weil nichts passiert. Man radelt hier so hoch, dann fährt man eine Strecke runter, radelt wieder alles hoch. Prinzipiell, man fährt einfach fünf Stunden mit dem Rad umrufen am Berg. Volle Kanne berghoch, berghoch. Aber wieso schickst du deine Influencer den Berg hoch zum Radfahren? Was ist der Management-Gedanke dahinter? Der Management-Gedanke ist gar keiner. Aber ich glaube, der muss nur einmal runterfahren. Kann man da was gewinnen? Ich glaube nicht. Oh. Ja gut verhandelt, Nick Litscher. Marvin! Scheiße, wir haben es verpasst. Wir warten einfach eine Stunde und verpassen, wenn er wirklich runterfährt. I can't believe. Wie war's? Ich bin so durch. Wenn ich stehe, fühlen sich meine Beine so an, als könnten sie mein Gewicht nicht mehr halten. Aber ich kann dich trösten. Ich habe für dich die schärfste Chili der Welt. Ach komm. Weil Malenji letztens zu mir gesagt hat, ich darf die Vlogs nie löschen, damit sie nie weg sind, habe ich mir gedacht, ich habe für jeden von euch einen USB-Stick mit allen Vlogs bis jetzt. Nein. Damit wir sie nie verlieren. Das ist echt geil. Dass da ein Jahr drauf ist, kann man halt gar nicht glauben. Da ist es jetzt noch gar nichts um. Ich muss das erst draufholen. Ich hab's schon gedacht, es ging mir viel zu schnur. Ich dachte, du sagst, ich hab's mir gedacht, der ist viel zu leicht. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Danke für ein Jahr von diesen Vlogs. Keine Sorge, wir arbeiten jeden Tag fleißig weiter, damit wir noch mehr von eurer Zeit verschwenden können. Und wenn euch diese Videos aus irgendeinem Grund wirklich gefallen, dann hinterlasst gerne ein Abo. Es ist gratis und man kann sich im Moment scheinen. Peace. Sechsinner. Leons Pinzette. What the fuck? Das ist jetzt noch eine Rückseite. Warum hast du eine Frau als Pinzette? Ich hab meine Mom. Ich hab einfach irgendeine Pinzette von zur Haute mitgenommen. Aber ich habe mich noch nicht gesehen, das war nicht so sehr, ganz gut. Ich habe mich auch noch nie in der Zeit für ein paar Minuten.